Wir leiden einfach gerne, darum kommen wir hier hin. Hier ist es ein Marathon, eine lange Stand zu rennen, wo du ganz anders fahren musst, wo du mit deiner Energie viel Buse helfen musst und umgehen. Das ist für uns eine rechte Challenge, um auf das aufzusteigen zu können. Das ganze Team Nino profitiert, dass wir wahrgenommen werden als ein Team. Die ganze Odlo-Ausrüstung haben. Von der Materialseite her sind wir sicher im Vorteil. Das macht es eigentlich aus. Wir sind nicht hier, um zu suchen, sondern um diese gute Dienste. Das war's. Magnifisch, der Kohl, in den Brouillard. Das war wirklich magisch, ein bisschen mystisch. Eine sehr gute Erfahrung. Wir können noch ein bisschen pushen, wir können noch Windschatten geben. Es ist halt ein anderes Erlebnis. Im Cross-Coutry fährst du auch gegeneinander und da ist es wirklich ein Miteinander. Es ist auch mal schön. Das ist wirklich ein Team-Arbeit. Das ist ein Kohllo. Ein sehr schöner Parcours. Es war wirklich großartig. Ein sehr schöner Parcours. Das ist Nino Schulte und Matthias Stimmler. Ein sehr schöner Parcours! 선aiarin. Untertitelung des ZDF, 2020